wieso wird hier so alpern gekichert ich bin wieder da und mädel ich habe mal die mütze abgesetzt und mal die anderen gemutet aber das haben wir jetzt gleich ändern aber ein leite haben ja hast du eingefunden wo bei diesen koordinaten schicksal wie viele von den kackviechern sind denn hier noch hast du mir schon kriegt noch nicht ja dann schick mal ach guck mal ach skelett party hallo ja und herzlich willkommen hier mal wieder bei mir auf dem kanal zu skelettschießen mit honko monko das ist das ist nicht der politisch korrekt ja das ist das was das war meistens ok honko bonko obwohl ja ich habe gesehen es ist schon nach 19 uhr deka wie die zeit vergeht wer in der uhr gedreht ist es wirklich so schon so spät ist es wirklich schon so spät was meinst du ist es ist schon so spät oder die zeit ist relativ von ok zeit ist reif um umweltschutz ein hause unter ein haus zu ich habe den weg zum stronghold mit fackeln markiert also bis zum boot von der stronghold den rest sollte ich eigentlich aus dem ff kennen dann kommen da komme ich dir vielleicht mal entgegen und sorgt vielleicht dafür dass ein bisschen ein bisschen garstig frei gehört das ist denn ein ff das nennt sich so ein bisschen ja vielleicht so einfach ja ff steht ja eigentlich für folgende zeilen aber ich dachte das hätte was damit zu tun mit das haus park finger pop pop die folge musste die anstehe ist die schrecklich oder erläutert mir ein bisschen mehr vielleicht kenne ich aber leiter ihr müsst mich leiten leitern leitern dazu brauche ich eine leiterer um den lieben kevin war ein bisschen entgegen ja schade dass jetzt kein disco klitsch wäre das wäre dann wie wieso mehr was passiert hier gerade das wird ganz schön auf ganzer linie bist du denn gerade bist du bist du offen bist du auf dem weg zu honky island what's the fuck is happening hier lieber kevin ne ich bin noch ofenkartoffeln machen der ach so ok dann der hat gerade wieder seinen eigenen namen geleakt ist die frage ob wir das jetzt drin lassen wollen ja das ist die frage ja ich meine ich meine davon ich meine davon dass man eure vornamen kennt kennt man ja noch überhaupt nix also ich habe von einem youtuber gehört der sagte oder beziehungsweise der hat millionär parodiert und analysiert und er hat da so eine kandidatin da gesehen die hat die hat gesagt ich möchte den namen meiner katze nicht verraten ja ja weil dann könnte jeder bei mir einbrechen jetzt essen Dass wir draus blicken will Fly lach mit was ist das haste kannst du mal bitte zurückkommen durchs portal lieber honk jemals durchs portal schnell durch welches portal ja durch das wo du gerade dran baust warte mal ich habe gar keine waffe an der am start digga erstellen was denn im ein alter was denn der macht mein schild kaputt ja hier aber nicht dass ich dich erwischt hast du mich erwischt halbes herz ich habe ihn noch ein problem ist jetzt nur ich kann nicht ein kram aufheben weil ich jede menge auf das ich komme sofort ich komme sofort ich weiß es nur nicht was alles die grundfälliges personal das zwergen hammer gehört denn das bitteschön aber das gehört mir das ist meine tolle spitzhacken hitzbocken gehört hier das glas ich weiß nein nicht alles ist da jetzt ich werde mal alles von dem ich nicht weiß wem was gehört werde ich mal weg packen hier in die truhe rein und deinen staff auf ach alter hast du aber viel kram dabei meine ich hatte ich war ja picke packe folglich ich bin da gerade anbauen äh hä zilg touch mending was soll denn das alles warum hast du denn so viel quatsch dabei digga ähm kein quatsch das braucht man das wir sind ja alter ich krieg das hier gar nicht alles in die truhe rein was was hast du für ein gehacktes inventar digga nix gehackt alles schöne arbeit es sieht ach nee das ist ja auch eine einzeltruhe stimmt ja moment da kann ich noch mal was dran bauen dann wart bin da was ist denn los du bist doch gar nicht kannst gar nicht da sein so doch hier bitteschön hier da da ist noch mehr kram von dir drinnen ja danke hier ist noch schwer ich habe noch ein schwert gefunden hier ist noch ein schwert jo danke das habe ich auch vermisst ich fehlt ist dazu will ich nur wirst du wie viele fahrer warte mal ich habe hier noch irgendwelche schuhe ich ja die wer gut wenn die wenn ich hinter dir hinter dir danke da was hast du sonst noch hier orange die digga dann ja nur noch gebratene kartoffeln ja steine ja noch mehr steine ja noch mehr steine braunstein glas meine güte was eine eine axt zufällig noch ein axt ich habe hier zwei äxte ich gebe dir mal die besser von bei sand ist einer aber das glas hier ist noch meins danke das willst du noch ein paar tonnen diarhe haben vielleicht habe ich selber genug die das glas der das welt das weiße glas auch ja alles meins ja 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 nimm dir ein vögelchen vielen dank kevin ja wo bist du kevin hier und nicht in hollywood dann nehmen wir mal das schlafen wollen wir mal das enderpont ich gehe ich gehe im netter dann ich habe kein bett aber auch ich gehe auch mal kurz in der war ja auch du hast ja angekündigt zu mir zu kommen ich wollte sie eigentlich entgegenkommen ja ich kann schon vorsicht der kartenflosch ist da ja ja du bist hier ziemlich sicher aber wir sollten halt aufpassen da ist mir fehlen noch pfeile das erklärt einiges ich gehe nochmal zurück ja kann ich mal ein bisschen die pfeile hast du aufgesammelt ich komme zurück ja hier da hast du die hälfte ja danke so dann werden mal skeletten ja hier ist schon eine ganze menge sniper duel haha geben wir aus der linse bitte ich habe geübt und da jagen drei schweinekühe bullen ein piklin hinterher und noch ja schweinekühe bullen sei vorsichtig ich habe ich sauer gemacht da sind ja richtig viele ja wollen wir jagen gehen oder was ja jeder schuss ein treffer also ich habe mich gut verbessert glaube ich oder ich habe leider die russen mütze nicht mehr aufweist du verstehst die servus servus den kriegen wir nicht mehr da ist noch ein kleiner oh man es geht unter dem eine linse xp gegönnt hier das ist doch immer schön das macht man eine kleine never tool hier ja ich habe ich habe jetzt 31 erfahrungslevel ich sollte möglichst schnell nach hause weißt du mal wie viel ich habe genau 1 in die du müsstest eigentlich 7 haben weil wir gar nicht auf sie ich habe gar keine dann hast du eine erfahrung warte na warte weißt du was gibt es im pvp kampf weißt du was so ein infinity bogen macht der jetzt hast du mir meine erfahrungspunkte gekillt ja warum war ich so schlecht ich habe keinen schaden von dir kassiert das sagt glaube ich schon alles sammle ich deine erfahrungslevel das mache ich nicht ich warte hier auf dich mach aber hinter sonst wie spontan die spontan zeusen ja ich bin ja schon auf dem weg alter das schreibt nach sache und jetzt ist hier ein skelett alter er wird mich zum zweiten markiert ja warte ich sammle vielleicht ein bisschen holz nein 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 alles gut 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 ich bin halt er ja ich habe eine trufe schon dort aber ich bin schon gleich da ich bin schon gleich da ich hänge hier nur eine ecke fest alter konntest du mich denn so schnell wegschnitten wie ging denn das wenn sich das ganze ja okay ich habe ja einfach mal zeus rein alles alles was ich hier kriegen kann er wieder gerecht aufgeteilt so ja bis auf meine erfahrungslevel die hast du dir jetzt auch war ja und ich kann nicht der wird mich jetzt im zweiten markieren warum steigt denn der so schnell echter dann ist sicher jetzt ist ja ja noch eine truhe sagen wir warum ist hier dein kram hier ist dein kram drin ja ich habe ich habe mal ich habe jetzt einfach mal reingepackt ich wollte halt nicht riskieren dass da was dies war und warte hier ist dann alles was du hast du einfach mal hier das ist alles dann wahrscheinlich wo denn ja hier in der truhe warte das kann sein die kartoffeln kann sein ja das war nicht meins große ist meins ein chest plate ja das stimmt wo sind meine goldene schuhe die habe ich glaube ich durchs portal geworfen kann sein was moment was muss schnell gehen tut mir leid die axt kann vielleicht auch meine sondern die kombiniert eigentlich so ruhig hier geworden kann das sein ruhig geworden hörst du es nicht ah Mist warte du und und kribbel auch ein piglin ich habe noch keinen ach du scheibenkleister der kippe ich stecke ich halte scheibenkleister ein hat eineinhalb herzen holy schüssel warum greifst du ein piglin an während der drachen dort in der zukunft was machst du hier so meine goldenen schuhe wo sind meine goldenen fangen auf der anderen seite der welt lieber mond zukunft was ist das ist denn warte 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 ja ich hab dich ist das ein stress ach du hast sie okay schmeißt chaotisch den never action hey ach so ich habe irgendwas anderes aufgesammelt alter was für ein durcheinander nicht schon mehr das war ja jetzt wirklich maximales chaos also wer ist denn hier schon wieder mond zukunft bist du denn der ist wieder an der bibliothek er geht in die bibliothek ja welche welche bücher nur hatte ich guck mal wo du bist kommt ich in der aufnahme das ist doch schön durch dieses tolle fernrohr hör auf die von meinem vor meinen augen einschrauben ziehen das mache ich nicht weil das ist glaubt das löst bei einigen leuten ziemlich epilepsie aber bist du jetzt kämpfen formular ich bin hier beim hauenkei mir war kommen einfach ich habe verstanden kämpfen formular habe ich verstanden bist du jetzt kämpfen formular kommt kommt man wird spindelig kompate kommt ja kommt kommt ja ist er denn gut er hört sich nicht einmal umdrehen hier geht es lang bitte ja ich bin jetzt gerade in warte mal hast du eigentlich noch kind kunder ja ich habe hier noch lilla farbe von dir ja was für die haben wir haben wir haben ja da sagt liebe dank hast du eigentlich gar nicht dafür so ich glaube für die ersten male muss ich von euch gegreitet werden hier durch den also wieder den rückweg zu dem ja und so will ich bin auch gerade irgendwie hosenlos also ja weil der hong war hatten wir leider meine hose in der mann eine goldene hose ich habe sie hier ich frage mich schon die ganze zeit warum habe ich die hier nee die ist nicht gold sie war eisern die ist kaputt wahrscheinlich ja diese eisern ich habe den kinder seine hose vom leid gerissen ja kannst du mal sehen was für ein schlimmer mensch ich bin genau am hundskrüppel sagt man doch herrschaft herrschaft musst du so machen warum habe ich denn hier vier glas scheiben er gibt die her diese wahrscheinlich meine naja dann ich glaube ich habe warum läuft drunken joe gerade auf der auf einer playlist die ich gerade gar nicht moment ich habe da eigentlich den 2010er soundtrack an er macht doch mal den elektronik space rock oder ja mal warte mal der nächste ich mache einfach reggae mit fragezweichen oder den original soundtrack der ist auch sehr schick ja moment ja warte 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 ich wollte eigentlich den aufgrund machen mit mit den unterarmen ausgebrochen aber ich war gerade erschossen ich bin hosen los und wirklich tot sein für diesen rotstein und ich sag mal möchte immer noch davon eine single haben ja und ich sag mal wieder das ist das geräusch gerade von der oder höchste kackenfrosch das heißt jetzt müssen wir ganz schnell sein wo ist hier ist ein kackenfrosch da hinten ja egal wir gehen schnell in den in die oberwelt okay weiter ist das dein ort naja was ja ja weiter schau mal hier das habe daran habe ich gerade schon gebaut ein bisschen das wird das projekt was ich nicht aussprechen werde und die zuschauer vom hong nur sehen werden wenn sie bei mir vorbeigucken ist es zu schnell ist zufällig ein castra castrata nein das war das alter ist eine kastra kaputt dunkel kann ja wir haben hier genügend betten kommen wir haben ja noch ein bisschen zeit nehmt euch zeit hier sehen sie betreten den freistaat bayern und er hier es war ein glückstag ganz gewiss wie unser bayernland entstanden ist doch ja da hat ich mich nicht erfüllen wenn die sonne wieder auf dem moment steht ja komm doch mal hier hinten da hier liegen ganz viele notdürftige betten notdürftige die notdürft nicht auf dem moment steht schau mal hier unten und ja